Guten Tag und herzlich Willkommen zurück zu Rabenhorst. Guten Tag und herzlich Willkommen zu Rabenhorst. Hallo Minas, grüß dich. Der nächste Folge Lederläppchen, diesmal Horde, irgendwo sagst du wär draußen was los? Ja, hier war gerade. Hallo. Ja okay, Horde ist jetzt vielleicht auch, aber... Achso, guten Tag. Hallo und herzlich Willkommen. Haupteingang. Ja. Endlich wieder draußen sein. Ja. Ich find's so Luton notwendig, ne? Um an die... Ja klar. Die ist aber schnell. So. Nicht so schnell, Fräulein. So, 18 muss ich noch. Oh, da steht er wieder auf. Eie. Entschuldigung. Macht ja nix. So, ich bin Level 18. Sauber. Ich bin 18? Ja. Von deinem Level? Nee. Ja, du killst. Mit der Waffe killst du halt viel schneller. Ja, Level. Achso, ja doch, klar. Okay. Oh, krass. So, lass uns hochgehen oder den Schüssel holen. Haben wir denn noch Schüssel oben? Ja. Gut. Warte, da ist er wieder. Den holen wir uns jetzt. Hier. Ja, das stimmt. Den stören Fried. Guck mal. Erzähl mal gut vorwärts. Der hat sich gut. Dann kommt noch was, was böse ist von rechts. Hat der mal einfach so hier ein SMG am Start. Bäm. Jetzt. Yeah. Schlag ihm auf den Bauch. Dann krall ich hier ab und hauen wir den Kammer ins Gesicht. Nicht auf den Bauchschlag. Ne, da platzt der Bauch. Oder so. Wie ist eine Video von dem komischen Ball. Also jetzt einen Aufzug hinzubauen. Na gut, warte mal. Wir könnten den auf... Ne, das ist einfach zu viel. Genau, theoretisch einfach eine Leiter dran setzen von außen. Ich hab noch 29 Leitern. Äh, also so an den Turmen jetzt. Ja, dann mach mal. Warte, ich mach noch welche mit. 29 Stück reichen, weiß ich nicht, aber... Ich mach nochmal 20 einfach schnell. La, la, la. Ähm. Na gut, ich geh mal hinter der Herr. Wir müssen dann uns nur wahrscheinlich gleich aneinander vorbeidrücken. Ja. Obwohl, ich kann glaube ich auch so setzen, wenn du fertig bist. Ah. Warte. Ja. Geht. So, ich bin alle. Naja, ich kann... Okay, geht. Ja, super. Sieht das geil aus. Das ist voll x-mal eine. Na? Ich muss nochmal ein Stück runter. Okay. Hui. Jetzt obwohl. Yeah. Ich dachte die ganze Zeit so ein Zombie von nun und so. Haha, fupp, zieht so ein Drainpeg. Lass uns reinmüllen. Lass uns erstmal reinmüllen. Achso, ich hab jetzt einfach mal genommen und... Okay. Ja, jetzt bleibt halt die Hälfte da über, weißt du was ich mein? Ja, versuch auch mal alles zu nehmen und dann... Hab ich schon. Achso schon, okay, gut, dann... Oh, das sind ja noch alles. Okay, Ducktape ist wichtiger als ein Toaster. Naja, deswegen Müll auch rein und dann wieder raus. Nee, dann ist wichtiger als Lego. Nee, so. Na gut. Ich würd den ganzen Kleinscheiß einfach hier lassen. Den wir nicht brauchen, dass... Das will ich noch mitnehmen. Das ist echt viel Kram, was wirklich sehr... Ich hab 164 Lederläppchen. Haha, da sind sie wieder. Ich hab, äh, 74. Die Sokraten scruppe ich jetzt übrigens. Plaster Soldaten. Ah, da ist die kaputte Ranch. Okay, warte mal. Fleisch nehme ich noch mit. So, Bombsamen brauchen wir nicht. Klamotten brauchen wir auch nicht. Na ho, haben wir. Hellsmass brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich scrub mal kurz den anderen Graben. Mhm. Und den Lederduster. Na doch, wann wollte das du? Die Nägel scrub ich, das ist Quatsch. Die Lego-Bausteine sind mit Sicherheit doch auch, ähm... Die Hoe nehmen wir mit, oder? Die Hunderter. Ähm, ich hab schon eine eingepackt, aber... Warte, wo ist die denn? Warte, ich hab ne... Ich hab ne... Ne Stahlschaufel. Ich hab ne 71er. Aber ne Steel ist ja eigentlich... Scheißegal. Ja, und hier ist ne Scrap Iron Hoe. Ist das... Ich mein, Stahl ist ja eigentlich besser. Stahl ist härter. Wieso kann ich keine Kiste scrubben? Okay, dann pack ich da rein. Golden Rod nehm ich mit. Äh... Die scrub ich. Alle Ledersachen werd ich mal scrubben, oder was wir hier noch haben. Ich bin noch ein Red Puffer Code. Okay, hier ist noch ein Rezept. Take. Habt Scrap gesagt? Ne, hab ich nicht. Ähm... Den Grill können wir scrubben. So kann ich nicht, weil kein Platz ist. So, ich brauch Pfeile für meine absolute... Für meine Super Crossbow, aber irgendwie... Fehlen mir Fäden, oder? Na gut, komm. Ist da noch was wichtiges drin? Nö. Blaubeeren lassen wir hier, oder was? Die Blueberries? Ne, sind nicht gut, wenn wir da was anpflanzen wollen. Ich glaub, wir haben's haben, oder? Ach, können wir eh noch nicht, weil wir erstmal die Pharma-Klasse lernen müssen. Äh... Genau, genau, da fängt's schon mit an. Okay, warten wir mal 10 Sekunden, dann hab ich noch ein bisschen Platz. 9 Sekunden, 4 Sekunden. Diese Scrap-Times, die auf den einzelnen Sachen stehen, sind ja auch nicht schlecht. Warum die Knochen lass ich auf jeden Fall da? Ey, die springen ein bisschen, ne? Also... Die Iron Fire-Ex nehm ich aber auch mit. Das ist ja Verschwendung. Ja. Steel Shovel, die du mir gegeben hast, ist eigentlich auch wichtig, oder? Ich hab ne 70er Steel Shovel dabei. Military Helmet, Base Price, 1057. Hm, das sollte man vielleicht mal aufnehmen. Könnt man mal verdicken, ja. Ach, ich kann nix mehr aufnehmen. So. Äh... Das nehm ich noch mit. Das lese ich da an. Ja, den Rest kann die Blaubeer nämlich auf jeden Fall mit, das find ich uns zu schade irgendwie. Wir müssen den Schlafsack drüben kurz aufnehmen und neu setzen, ne? Hast du dich runter? Bist du die Leiter runter? Ich bin runter, ja. Ähm... Warte mal... Sind wir noch nicht gelootet hier unten? Die unten vor der Tür, ne? Ich glaub wir hatten hier, die große hat die überhaupt nicht gelootet ja. Wir sind ein Trägerbuch, wir sind weg. Ach genau. Wir haben uns doch... Ich hatte doch eben den Fokus. Empty, okay. Wir hatten uns doch hier irgendwo einen Schlafsack gesetzt, meine ich. Oder war das auf dem Dach rum? Ach nee, wir sind hier rüber gelaufen auf dem Dach. Ja, alles klar. So, ich brauche unbedingt Federn, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja, ist die Frage. Wir kommen jetzt 20 Uhr. Entweder machen wir uns hier eine Basis oder wir laufen zurück. Ach stimmt, wir sind ja in einer anderen Stadt. Ja. Ja, das war es ja. Ich dachte gerade, wir haben eben nach Hause laufen. Äh, nee. Wir haben oben die Schlafsäcke, ich meine. Aber wir müssen jetzt sechs Stunden da oben ausharren. Genau, sehr produktiv können wir nicht sein. Es sei denn, wir sind so mutig und rennen nachts durch die Gegend. Aber das macht doch keinen Sinn. Ja, das ist doch irre. Ich gehe auf sein Bein. Wir rennen mal ganz schnell oben auf dem Dach. Und ich meine, das können wir auch schneller haben. Ja. Ja, dann lass doch. So weit ist es nicht nach Hause. Das geht. Willst du zurücklaufen oder hier in den Laden zum Beispiel rein? Und dann nachts hier, da sind bestimmt Runde. Oh, das ist ja ein Riesen-Store. Ja. Nee, das ist ein Monströs. Bis wir den sauber haben. Wo müssen wir denn hin? Richtung Norden. Norden, ja, okay. Also ja, aber lass uns besser auf Hauptstraße gehen wegen Wölfen. Können wir die besser sehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja? Äh, zwei Bier, komm her. Fehl dann, fehl dann. Warte, ich bin überfordert. Bier, Bier, Bier. Kann man die Fernseher verkaufen, jetzt hab ich sie weggeschmissen. Oh, bitte. Bier hab ich auch noch in der Tasche, gleich dann gedacht. Hast du noch? Ja. Gut. Der hat eine Schaufel dabei, hast du noch Platz? Äh, nee. 79er, ich scrap die Patsch weg. Ich scrap die Nägel. Hast du? Okay. Ja, die ist weg. Dann komm. So. Das wird aber eine knappe Kiste. Ja. Dann nehmen wir das Muttbrad hier. Ja, das Auto. Was sieht da schön aus? Lila Wolken. Oh, was hab ich hier? Movie Poster 2 von Lethal Weapon. Ist das geil. Das brauch ich. Schick hier mit dem, wie die zerstörte Stadt aussieht. Also hier haben wir noch einiges zu looten, auf jeden Fall. Ja, ja, ich bin, eigentlich bin ich dafür, dass wir hierbleiben, aber. Ja, wir können erstmal zurück, äh, einen eventuellen Umzug vorbereiten. Also alles mitnehmen, was, ja, aber da haben wir so viel zum Abbauen auch, ja. Nee, ich wollt grad sagen, also da müssten wir erstmal eine anständige Basis haben. Ja. Was wir natürlich machen könnten, wo ist es natürlich besser? Auf dem Schrottplatz. Einen Schrottplatz umbauen. Ja. Machen wir einen, was nur läuft. Da ist nämlich ein großes Gebäude, das ist sehr quadratisch und sieht gut aus. Ja, die kenn ich auch noch, ja. Da hatten wir doch schon eine Basis drin, ne? Da hatten wir auch schon mal Action, ja. Ach, hinter der Schrottplatzier meinst du? Nee, nee, da sind wir schon vorbei. Okay. Oder, warte mal. Das ist auch sowas, die hat halt auch dieses Gebäude hier. Wollen wir hier jetzt in einen rein? Jetzt haben wir noch Zeit, 21 Uhr. Aber Schrottplatz gibt es mit Sicherheit. Ja, das ist eine Runde, ja, ja, Runde und alles, also das, ah, scheiße. Military Camp. Meinst du, wir können auch vorbei? Mhm. Wir versuchen den abzuknallen? Nein. Komm. Ja, ja, ja. 21 Uhr 9. Das könnte jetzt aber echt eine knappe Kiste werden. Ja. Meinst du nicht jetzt zurück lieber? Nee, nee, nee. Komm, wir ziehen durch. Okay. Das klappt schon. Okay. Und selbst wenn nicht, äh, haben wir noch Bier dabei. Naja, bis jetzt bin ich noch passt. Ja. Das geht. Eine Sau. Aber bis wir die auseinandergenommen haben. Ich nehme noch ein paar Federn mit. Muss ich morgen mal eine Runde durch den Wald drehen. Ja, wir sollten auf jeden Fall nochmal hier in die Stadt rein, meine ich. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also auf dem Hinweg können wir dann ja hier einmal noch Federn looten. Ich kann die Federn nicht aufnehmen hier. Okay. Hier in dem Nest sind wir. Danke. Boah, 19 Stück. Geil. Sehr gut. Oh Gott, die Straße ist voll. Ah, das sind ja schon ein paar. Cool. Ich habe nur 38 Schuss zur Not, äh. Wir gehen auf jeden Fall auf der Straße, weil da kriegst du den Roadrunner. Ja. Oh, das ist aber weit. Oh, ich bin nicht mehr im Bast. Ich auch nicht mehr, oder? So, stell dich auf eine lustige Nacht ein. Die Begeisterung. Ja, das meine ich ja. 42. 43. 44. Oh Gott. Wenn die gleich alle anfangen. Oh Gott. Ja, das ist immer, äh, Football. Links, rechts, links, rechts. 48. Oh, das wird spannend. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wo unsere Base war. Aber das werden wir sehen. In der Nähe vom Hochhaus hätte ich jetzt mal behauptet. Oh Gott, ist hier viel los. Ja. Hallo Zombies. Ja, wir sind die beiden Idioten. Ja, wir rennen auch nach kurz von Nacken. Die hier nachts durch die Gegend rennen. Die Atmosphäre ist gerade echt gut. Mhm. Viel Spaß. Und so, wo war unsere Basis. Also da hinten ist der Friedhof. Ich halte dir vom Nacken soweit es geht. Mhm. Ich meine, dass wir hier am Rand waren. Und dann muss hier oben. Hier vorne links muss es irgendwo sein, meine ich. Ist das gut. Na gut, solange wir noch gebastelt sind. Wenn jetzt der Bas gleich aufhört. I missed the bus. Oh fuck, ey. Oh shit. Ist das ein weißer Typ? Bitte geh. Bitte geh. Ah, ich sehe es. Hier ist die Basis. Folge mir. Ja, komm mir. Nicht umdrehen. Mhm. Durchsrennen ist die einzige Option, ne? Ja. Bust 80-80. Alles gut. Oh man, jetzt ist ja auch noch ein Soldat. Äh, Quatsch. Ein Rocker. Das Problem ist, wir sind ja so nah zu Hause. Okay, alles klar. Weil wenn es aus irgendeinem blöden Grund irgendwann schief geht, dann sterbe ich und bin woanders. Wo ich nicht hin will. So. Schlafsack aufnehmen setzen. Huuuah. Rump of Clay. Schlafsack ist jetzt ein erster Kaiser, bevor du irgendwelche ausfüllen hast. Stimmt. Ja. Da ist er. Ah, ich bin voll. Warte mal. So. Ich werfe mal die Lederläppchen an hier. Die Leder, ja. Warte mal, ich schmeiße meine mal hin. Ja, warte. Meine 74. Bitteschön. So, jetzt mal aim and open aufräumen. Also was sollen wir machen? Sollen wir Leder herstellen oder animal hide? Ne, erstmal hide, oder? Ja, hide würde Sinn machen, ne? Damit wir diese blöde Quest nicht mehr fertig kriegen. Das machen wir aber nur aus Leder. Deswegen mache ich das erstmal Leder. Okay. Peaks. Boah, ich habe einen Aim gerade, das ist wieder... Also ich habe ja auch noch 16 hide. Die packe ich jetzt auch einfach mal in die Kiste rein. Ja. Stimmt, Tiere. Der macht hier den lustigen, äh... Durch. Ja, jetzt ist er umgefallen. Wie geil ist das denn? Und rutscht mit dem Kopf an den Leiter runter. Oh, der Hammer-Typ ist wieder da. Tut sich schön weh da oben. Du sollst hier jetzt erstmal aus in die Kisten. Ich habe wenig zu schießen da runter. Doch, ich habe einen SMG, warte mal. Ah, mit Null Schuss. Oh, der Hammer-Typ, der... Dem würde ich ja gerne mal meinen Hammer zeigen. Das ist ja... Das ist ein blöd Arsch. Oh, man. Und alle. So, aber ich kann ja Bolz herstellen. Bolz. Bolz. Komm. Rein im Crossbow-Bolt. Ja. So, aber mal schauen, wie der Baby performt hier. Ich habe übrigens eine defekte Ranch und eine intakte Ranch. Okay, cool. Ich guck mal, ob ich den Hammer-Typen kriege. Ich kann ja mal das... Ich kann es ja mal heimlich machen mit dem... Thunz-of-Anarchy-Poster. Oh ja, Poster. Least mit Weppen. Guck mal hier. Thunz-of-Anarchy. Schick, schick, schick. Ja, sehr geil. Ich will meins aber über im Bett haben. Die geht nicht. Ach, komm. Muss gehen. Wie hoch sind die blöden Dinger? So. Wo haben wir eigentlich Geld und sowas drin? Wir müssten aber irgendwie Ordnung langsam reinkriegen. Ah, Ordnung. Haben wir denn irgendwo... Haben wir denn? Äh, was denn? Eine Händlerkiste? Nee, ich glaube noch nicht. Genau. Zwei Toaster. Wow. Wo kommt ihr denn her? Ach, du hast hier Woodframes reingesetzt. Ja. Fand ich für ein Schlafzimmer... Oh, eine Horde. Geil. Juhu, eine Horde. Aber die kommen nicht... Nein, nein! Herr Kaiser? Ja. Du hast aber den Schlafsack schon gesetzt. Habe ich. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Alles toll. Du bist auf der Kante gelandet? Ich habe gerade broken leck. Du bist auf dem Vorderpunkt gelandet. Ja. Au, hier ist ein Hammertyp. Mein Bein ist kaputt. Soll ich den Stimpel bringen, oder? Das macht geil Sinn. Ich habe sogar noch einen hier. Ich habe sogar einen, danke. An normalen halt. Ich bekämpfe jetzt die Horde von dem. Ja, ich habe eigentlich zum Ballern da oben runter. Überhaupt nichts. Hattest du nicht die Advanced Ranch gebastelt? Die Advanced Workbench, ja. Workbench. Die habe ich. Boah, diese... Die Crossbow ist echt der Hammer. So, ich... Aber die Sterben ist eh egal. Weißt du? Was? Nein, nicht sterben. Ist nicht egal. Aber ich wenigstens kein gebrochenes Ball mehr. Ja, stimmt. Sterben ist... Es gab jetzt keine Option mehr. Machen wir so, so. Ich habe noch zehn Pfeile. Warte mal, die kann ich doch verballern. Dann kann ich mir schnell mal einen Bow machen. What? Was war das denn? Die sind alle tot? Bist du auf den da? Okay. War nur optisch. Irgendwas ist hier aber noch. Sind die drin? Meinst du diese Unwands drin? Ich glaube schon. Wir sollten mal zum Händler gehen. Wir sollten mal ganz kurz zwischen den Folgen offline kurz durchsortieren und dann mal zum Händler rennen. Okay. Gucken wir mal, ob die drin sind. Warte mal. Ich glaube... Ich glaube... Also hier außen ist ein bisschen... Ja, die sind drin. Ach du Scheiße. Die sind drin. Okay. Die sind unten drin. Ein Stock tiefer. Wie sind die angekommen? Hö! Schitte! Ja, Loch. Was passiert? Ich stand doch fast neben denen gerade. Ich stand daneben, nur ich konnte jetzt nicht so schnell... Da sind die kleinen Kaker. Die ist ja witzig. Na gut, ich gehe jetzt runter. Yolo. Na denn dann. Ich komme von der anderen Seite. 20 Minuten werden wir überleben. Das sehen wir in der nächsten Folge. Hashtag Sie sind drin. Hashtag Sie sind drin. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Rabenhorst. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.